ja und willkommen zurück ich sehe auch jetzt wo das problem ist das lässt sich aber schnell eben einmal temporär fixen ok ich muss mal eben einmal kurz nach warum sagt warum sagt er dass er auf dem gleis fährt weil ich vermutlich vergessen habe gut damit sollten wir das problem auch dieser strecke auch oben haben so und dann kommen wir zu unserem nächsten problem so ratigen ich hatte einfach mal gesagt an meinem jugendlichen leicht sind wir bauen den bahnhof hier vielleicht östlich dann machen wir nämlich ratigen vielleicht auch einfach zum umstiegsplatz mal kurz gucken hier benutzen wir das linke gleis also hier das rechte gleis eigentlich wenn man da je nachdem wie man sieht also wird das und das will die natürlich auch in der richtung gleich so schön bauen wo müssen wir denn eigentlich hin wir wollen nach da oben das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus und dann nehmen wir hier das gleis mit 117 habe ich gedacht ich hätte 120 vielleicht bauen wir doch lieber aus einer richtung nur da oben bevor ich es vergesse vor neues hier haben wir es gerade eh nur ein hier haben wir es eh nur einspurig das ist gut neues jahr der sieht ja mal heiß aus der postbus et 13 irgendwie sieht er aus als wäre der jetzt im falschen jahr da so im ersten moment aber wird sicherlich stimmen erst mal scheiße so das sind nämlich zwei gleise erst so was wir auch hier schon mal gleich bauen können da gar keine probleme kriegen so lange wir daran denken und ich sage einfach mal so signale und so kann man immer mal gebrauchen so dann bauen wir das hier oben auch eben schnell zwei spurig so und dann haben wir das in den zwei bis hier so dann kommen wir eigentlich zum Beispiel die 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 der die die da sind die ich die 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 So, alles 120 und dann bauen wir noch mal eben Biss, hier, cool, da trennt sich die Strecke mal kurz so ein bisschen. Falls wir das jetzt hier gleich nicht mit 120 hinkriegen, finde ich das nicht. Ganz so schlimm, weil das sowieso jetzt kurz vorm Bahnhof ist. So, dann sage ich mir jetzt, neue Linie. Duisburg nach Neuss, wenn ich mir nicht komplett irre. Neuss, make some noise. Nein, natürlich nicht. Die Stadt. Neuss, Ratingen, Düsseldorf, Neuss, Düsseldorf, Ratingen. So, dann brauchen wir für diese Zugstrecke gleich nur noch eben, was brauchen wir mal hier? Ein Depot. Züge kaufen. Nehmen wir natürlich die. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Klonen? Nicht genug Geld. Was? Wie teuer ist denn die? Ach, das sind 2,5 Millionen. Das sind 5 Millionen, die wir brauchen. Dann leihen wir uns eben Geld. Eins, zwei, drei, vier. Klonen. Nicht genug Geld. Klonen. Duisburg Neuss. Ich hätte ja auch die Zeit weiterlaufen lassen können. Dann hätte ich wahrscheinlich genug Geld gehabt. So, was wir machen. Wir machen eben schnell pausieren. Ah, da, hier gibt es einen Bus. Ah, krass. Also, hier muss ich richtig viel ÖPNV machen. Und ich glaube, hier machen wir auch mal was ganz crazy. Ne, ich weiß es nicht. Ich mache hier... Trenne ich die vielleicht auf? Ist hier ein links, ein rechts? Ich weiß es nicht. Hier gibt es Straßenbahn. Und in Neuss machen wir natürlich das gleiche. Hier gibt es auch Straßenbahn. So. Dann können wir jetzt auch die Zeit wieder anmachen. Fangen wir in Laatingen an. Hier machen wir das, was ich vorhin schon gesehen habe. Echt, ich habe zu wenig Geld, um eine Straße zu bauen. Gleich sehen wir wahrscheinlich auch wieder das Geld, um Häuser zu bauen. Na gut, das ist ja alles nur temporär. Hier ein Halt. Da ein Halt. Hier ein Halt. Da ein Halt. Das ist es. Ratingen. ÖPNV. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Straßenfahrzeug zuweisen. Motorbetriebener Bus. Eins, zwei, drei. Ein bisschen laufen mache ich zuletzt. Einfach, weil das, glaube ich, am komplexesten ist. Und ich glaube, Neues machen wir gleich. Zwei Straßenbahnen. Erste Straßenbahn, eins, zwei, drei, vier, fünf. Zweite Straßenbahn, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich warte jetzt auch gerade mal mit den Schulden zurückzahlen, kurz. Da sieht man, hier Neues. Bin noch nicht mehr richtig da. Aber schon. Dann wächst die Stadt. Dann machen wir jetzt Neues. ÖPNV, eins. Von hier nach hier nach hier nach hier nach hier nach hier nach hier. Und wir machen gleich noch Neues. ÖPNV, zwei. Ja, ich sehe, Straßenfahrzeuge müssen ersetzt werden. Machen wir auch gleich. Eins, zwei, vier, fünf, sechs. So. Trankhaufen. Eins, zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier. Oh, Wattenschein, ÖPNV. Fahrzeugersatz. Die müssen ersetzt werden. Dortmund, ÖPNV. Fahrzeugersatz. Kastrop-Brauxel-ÖPNV. Kastrop-Brauxel-ÖPNV. Fahrzeugersatz bei 50%. Ich will ja, dass ihr die hier alle direkt tauscht. Das machen wir. Das müssen wir die auch eben kurz einmal abwarten. Hallo. Jetzt halten wir die ein bisschen schneller. Zuerst noch aus. Kastrop-Brauxel-ÖPNV. Da haben wir ein Fahrzeug. Was muss ich mir gleich angucken? Aus. Okay. Ne, das muss ich mir mal kurz angucken. Kastrop-Brauxel, das ist richtig. Da haben wir automatischen. Essen, Mühlheim. Warten auf freie Wege. Okay, nee. Das kann aber tatsächlich sein, dass wir hier vorne irgendwo ein Problem haben beim Bahnhof. Da gucken wir gleich. Fahrzeugersatz aus. Wattenschein, Nahrung. Da gibt es keinen Grund für den Fahrzeugersatz. Das dauert mir gerade ein bisschen lange. Was ist denn hier das Problem? Dann werden wir hier, glaube ich, nochmal Signale bauen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Da hätte ich ja nie mit dem Kutschen fahren. Weil das ist ja mal das allerletzte. Okay. Essen, Süßburg, warten auf freie Wege. Das sollten wir jetzt wahrscheinlich halb gedeichselt haben. Das ist natürlich Kacke, wenn du sowas nicht siehst. Deswegen mache ich das jetzt auch teilweise wirklich hier bei den neueren Zügen, dass ich von vornherein gucke, dass ich halt viele, wie heißt das, dass ich viele Weichensignale setze. Mal kurz gucken, ob ihr hier alle getauscht habt. Dann machen wir jetzt hier wieder 100%. Machen wir da eine normale Geschwindigkeit. Mal kurz gucken, was ist denn da schon jemand drin? Boah, sind zumindest schon mal Leute drin. Das ist doch etwas. Jo. Ich glaube, das ist jetzt schon so, was ich jetzt mache. Ich mache hier eine kleine Linie, die irgendwie hier so wahrscheinlich langfährt. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich baue erstmal nur die Straße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was hatten wir hier gesagt? Hier hatten wir eine Straßenbahn. Das wäre jetzt mit einer Linie, wenn wir das jetzt schon zu groß. Ich baue lieber kleinere Linien. Ja, und die stellen wir einfach schon mal ein. Das ist Düsseldorf ÖPNV 1. Hat die Haltestellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und kriegt gleich mal 1, 2, 3, 4 Straßenbahn. Düsseldorf ÖPNV. So, und dann bauen wir gleich noch eine zweite. Die hier den linken Teil abdeckt. Wie wir dann ein bisschen anders fahren. Und da baue ich einfach mal so elektrisch. So, da würde ich schon mal ein bisschen bauen. Irgendwie so. Dann fährt die hier lang. Und fährt dann hier wieder zurück. Also fährt er los. Fährt hier lang. Fährt hier lang. Fährt hier lang. Fährt hier lang. Düsseldorf ÖPNV 2. Und was ich natürlich gerade vergessen habe, ist. Kurz gucken. Ich mache jetzt wenig. Ich mache wenigstens gewinnen. Ja, also das. Ich weiß nicht, wie viel mich das gekostet hat, dass ich vergessen hatte, sich mal hinzustellen. Strasse. Pimp my road. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Linie zuweisen. Düsseldorf ÖPNV. Ich bin ja echt gerade am überlegen. Einfach nichts zu machen. Oh, Wotenscheid LKW Nahrung. Fahrzeugersatz. Güter. Echt. Das lasse ich hier einfach mal eben nebenbei auf. Was ich einfach sonst mal eben kurz sage. Dann nehmen wir jetzt mal eben die Züge durch. Fährt. 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 Ja, das mache ich jetzt glaube ich gleich eben in der Pause. Wir gucken jetzt eben dem Zug zu. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Hier. Und. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020